Gerade im Bereich der LED-Hallenstrahler tummeln sich viele Modelle und Anbieter auf dem Markt. Heute zeigen wir Ihnen anhand unserer Top-Modelle, woran Sie echte Qualität erkennen und warum diese hier unsere Besten sind. Bleiben Sie jetzt dran! Die Lichteffizienz ist das erste Kriterium. Werte zwischen 60 und 90 Lumen pro Watt sind, sagen wir, in Ordnung. Diese Art Luminous-Hallenstrahler bringen aber ca. 130 Lumen pro Watt und das tatsächlich gemessen. Bitte bedenken Sie, dass viele Anbieter nur kalkulierte Werte angeben, die im für Sie schlimmsten Fall bis zu 90% höher sein können, als die tatsächlich erreichten Werte. Auch ein durchdachtes Thermomanagement ist von entscheidender Bedeutung. Hier zum Beispiel haben wir einen der größte entsprechend ausgelegten Kühlkörper aus hochwertigstem Aluminiumblech. Außerdem befinden sich an der Schnittstelle zwischen Kühlkörper und LED-Platine zusätzliche Kupferleiter. Diese Kombination führt entstehende Wärme hervorragend ab. Das führt zu einer langen Lebensdauer und höchster Lichteffizienz. Darüber hinaus sollten Sie auch auf Ihre Bedürfnisse achten. Sie wollen eine größere Fläche gleichmäßig ausleuchten? Kein Problem! Diese Art Luminous-Reflektor hat einen Leuchtwinkel von 100 Grad. Der halbtransparente Reflektorschirm aus Polycarbonat hingegen hat einen Leuchtwinkel von 80 Grad. Er leitet das erzeugte Licht konzentrierter in einen kleineren Bereich. Sie haben die Wahl. Bei diesen Art Luminous-Spitzenmodellen sind nur die besten Komponenten verbaut. Hochleistungs-LED-Chips von Philips, Vorschaltgeräte von namhaften Herstellern, die Gehäuse vom PC-Cooler und, und, und. Das alles sind Faktoren, die sowohl die Leistung als auch die Lebensdauer beeinflussen. Seit über vier Jahren haben wir diese Art Luminous High Bay Hallenstrahler mit Leistungsklassen zwischen 60 und 200 Watt im Sortiment. Und das mit ausschließlich positiver Rückmeldung. Aber überzeugen Sie sich selbst. Entscheiden Sie sich jetzt für einen dieser Strahler von AdLuminous.